Moin, wir haben Freitag und damit Spieltag, weil heute Abend Holstein gehe bei uns zu Hause in der Arena und ich muss deshalb gleich los, nehmt euch mit, von daher könnt ihr miterleben, was da heute so passiert. Und das ist wie im richtigen Leben. Auch hier beginnt die Reise mit dem ersten Schritt zum Auto, wo natürlich aufgrund der Wettervorhersage ein Schirm und auch eine Regenjacke eingepackt ist für mich. Ach, es ist schon mal so, es ist eine ewig lange Fahrt und das lässt sich auch nicht wegreden, weil von da, wo ich wohne, Schleswig-Holstein, mit dem Laden bin ich in 5 Stunden und zurück 5 Stunden, also insgesamt immer 10 Stunden auf der Autobahn, wenn ich meinen Verein spielen sehen möchte zu Hause. Und da geht es jetzt erstmal hin, ab auf die Autobahn. Meine Frau ist neben mir. Und, ja, wir wünschen uns eine gute Fahrt. Ohne viel Trara, ohne Unfälle, ohne Staus und, und, und. Aber wir werden sehen, was tatsächlich kommt. So, wenn man die ersten Kilometer als Omen nimmt, wie der Rest der Reise wird, dann war das gut, dann war das bis jetzt wirklich sehr angenehm. Und mal schauen, was das so aus wird, ne? Weil, alles schön frei. Aber seien wir ehrlich, der Blick auf die Gegenseite hat mich schon wieder fürchterliches ahnen lassen. So, schöne Fahrerei vorbei, Bremen. Und auf den Schildern kommen Stauwarnen. Und da hinten werden sie auch langsam ab. Das heißt, jetzt dauert es dann wieder ein bisschen. Mal sehen, wie viele Staus das heute ist. Ich bin dran. Gerade war das Schild Groß-Hibner. Und wie du es dir denken kannst, Stau. Der nächste. Und da, mal gucken, wie lange die da so ist. Und du wirst es ahnen. Ja, das ist soweit. Stau Nummer 3. Ich bin es wieder. Und du wirst es ahnen. Stau Nummer 4. Mal sehen, was hier so kommt. Erstmal die Rettungsgasse bilden. Und dann, meine Lieben, dann kam der Regen. Wie angekündigt. Also, so langsam habe ich das Zählen vergessen. Ich glaube, das ist jetzt Stau Nummer 6 oder so. Und ein Coole. Da sind wir gerade. Nicht, dass du denkst, ich habe euch vergessen. Das müsste dann jetzt Stau Nummer 7 sein. Und naja, so ist das, ne? Und während ich hier so vor mich hin jucke, denke ich so nach über die Rückfahrt. Ich muss ja auch wieder nach Hause. Und heute Abend haben die gesagt, Starkregen, Stürme und Dunkelheit. Das wird nicht schön. Aber was tut man hier alles für seinen Schalk und Juppert? Wahnsinn. Hoffentlich gewinnen wir. In einem Kilometer rechts abbiegen. Und da ist das so, das ist nämlich Münster-Süd, wo ich also hier die 1 jetzt verlasse. Danach kommt meine Ladestation, sprich da, wo ich laden muss. Und das Schöne ist, das Regnen herauf. Von daher, ich werde wahrscheinlich nicht pitch-patt-chnass werden. Weil ein Nachteil beim Laden für ein Elektroauto ist, da gibt es nichts zum Unterstellen. Das steht alles immer irgendwo in der Botanik. Und du musst ja da raus zum Einstöpseln. Und je nachdem, wie das Wetter ist, wirst du gletschnass. Aber heute habe ich Glück. So wie es aussieht, hör dir da auf, komplett zu regnen. Und ich werde es dir zeigen. Wie man so ein Elektroauto lädt, weißt du ja schon. Deshalb hier mal im Schnelldurchlauf, sprich doppelte Geschwindigkeit. Und manchmal muss der Opa auch was essen. Und hier gibt es ein Burger King. Also habe ich mir was gegönnt. Ja, ein Chili Burger und zwei Doppelschießburger. Und ein Milchshake Vanille. Und dann ging es weiter. Ich bin dann die restlichen Kilometer gefahren bis nach Gelsenkirchen. War dann auf meinem Parkplatz C1, genau an dem Baum, wo ich immer stehe. Und das Wetter war so schön. Hör mal, da habe ich echt nicht mit gerechnet gehabt. Das war richtig schön warm. So, angekommen. C1. Und wie du siehst, derzeit wunderschönes Wetter in Schalke. Auf Schalke. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Richtig verblüffend ist es heute. Das ist total leer. Nein, ich bin ja gut drei Stunden früher hier. Aber sonst ist das voller. Vermutlich bald mitten in der Woche und so. Von daher, wir gucken mal, was so passiert. Erstmal war wieder angesagt, dass Leute von mir ein Foto und ein Autogramm haben wollten. So was mache ich ja gerne. Und da hinten, auf dem Weg Richtung Geschäftsstelle, wurde auf dem linken Platz vorbereitet für die Schalker U12-Mannschaft. Und das war wichtig, weil der ältere Bruder vom Torwart dieser U12-Mannschaft hat mich da angesprochen und hat für seinen Bruder sich ein Autogramm geben lassen. Und ich habe dem noch eine CD von mir geschenkt. Und dann wurde es Zeit, dass ich zu meinem Eingang ging, mit einem recht früh im Stadion. Und auf dem Weg dahin gab es dann doch einige wieder, die Fotos und Autogramme von mir haben wollten. Wenn du mich irgendwo siehst, sprech mich einfach an. Schreib dich hinterher, du hast mich gesehen und dich getraut. Hör mal, wenn du einen ansprechen kannst, dann doch wohl den Opa. Und ich habe das ja nur auch schon mehrfach gesagt. Mir machst du damit auch eine richtige Freude, weil so was mache ich echt gerne. Also, wenn du mich siehst, einfach anquassel. Besser kann es gar nicht machen. Und dann kam jemand und den muss ich dir vorstellen. Moin. Ich darf vorstellen, das ist André. Und André erzählt uns, wie das Spiel heute geht. Also, ich tippe auf ein ganz klares 3-1 für uns. Und was machst du, wenn das nicht so kommt? Wenn das nicht so kommt, muss ich mir was überlegen. Was war ich denn dann? Dann gebe ich dir einen aus. Wunderbar. Wobei, wie wunderbar? Will ich nicht. Will ich nicht? Nein, nein, nein. Was denn? Keine Ahnung. Du überlegst, was bist du im nächsten Heimspiel. Genau, überlege ich mir was. Bei so jungen Fans gehe ich ja meistens auf die Knie. Aber danach waren wir heute nicht. Und dann ging es endlich rein. Und dann kamen dann die nächsten beiden, die euch was erzählen wollten. So, jetzt bin ich hier mit Erik und mit Daniel. Und die beiden werden uns auch erzählen, was die Prognose ist für das Spiel. So, also mein Tipp für heute, ein souveränes 6-1 für Schalke. Ich sage, es gibt ein akkurates 4-2. Wir kommen im 4-1. Der Rode wird früh starten. Ja. Früh starten. Und dann denke ich mal, wird das noch ein gutes Ding für uns werden. Also ich glaube dann auch. Ich glaube, dass wir heute nicht gut sind, weil wir haben uns gut zu machen. Aber auf jeden Fall. Und wir werden uns zeigen, wer wir sind. Von daher schießen wir auf unsere Arena. In dem Sinne, Glück auf! Glück auf! Und dann sind wir wieder zu Hause, ne? Was für ein geiles Gefühl, hör mal. So muss das sein. Es war wieder viel zu früh. Aber so, wenn es fast leer ist, es hat schon was, ne? Und dann wollte ich schauen, ob das Internet-Signal wieder gestört wird oder ob ich live gehen kann. Und ich sitze jetzt wieder hier. In der noch so schönen leeren Arena. Live habe ich schon probiert, aber wieder gestört worden. Von daher geht nicht. Und dann gucken wir jetzt in Ruhe das Vorprogramm an. Und freue mich darauf, wenn das in einer Stunde und 20 Minuten losgeht. Und dann muss uns fast erwischt werden. Das wird mega. Und jetzt bin ich hier mit Claudia. Und Claudia wird uns erzählen, was Sie denken, was unsere Spieler waren. Servus, wir kommen aus Rausburg. Und ich habe ein richtig gutes Gefühl. Nach den letzten Spielen, wo gar nichts nach vorne ging, habe ich heute das Gefühl, heute haben wir richtig Spaß und sind richtig glücklich, wenn wir heute nach Hause gehen. Hier kommen wir zwei Tore. Nach der Aufstellung, ich denke mal, könnte gut gehen. Ja. Wenn der Assal hinten spielt, oder hinter den beiden Spitzen spielt, drei Tore schießen. Dann durfte sich der nächste Fanclub ein paar Kästen Bier verdienen für die nächste Feier. Und der junge Mann jetzt hier, den du nicht hörst, heißt Merlin. Und der wollte uns erzählen, was er zum Spiel zu sagen hatte. Aber ich konnte das nicht separieren. Und im Hintergrund läuft Musik, die urheberrechtlich geschützt ist. Und damit mein Video nicht wieder gestummt wird, oder sonst wo gesperrt wird, oder ich woanders Ärger bekomme, musste ich mich leider dafür entscheiden, den jungen Mann nicht zu Wort kommen zu lassen. Und dann war es nochmal Zeit für ein Foto. Und dann ging es los. Schau mal, ob du nicht ein bisschen von der Atmosphäre in dich aufsaugen kannst. Weil, das ist Schalke. Unsere Torwarts machten sich warm. Endlich wieder drei. Dann nochmal Fotos. Und die Aufstellung. Und die Aufstellung. Mit der Nummer 6. Mit der Nummer 7. Paul. Elui. Mit der Nummer 3. Platz. Die 9. Und dann habe ich ihn gesehen, Dennis Eytekin und eigentlich war der Tag gelaufen für mich. Ich ahnte Schlimmes, wirklich. Aber nochmal die Stimmung so mega. Und es hat wieder so einen Spaß gemacht, da sein zu sein. Einfach toll. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Blau und weiß ist, ja, der Himmel nur, der Himmel nur. Blau und weiß ist unsere Fußball-Garnitur. Blau und weiß ist, ja, der Himmel nur, der Himmel nur. Blau und weiß ist unsere Fußball-Garnitur. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich diesen Verein echt liebe? Ah! Und dann kamen sie, beide Mannschaften. Und es waren nur noch wenige Minuten, bis das Spiel begann. Kannst du es fühlen? Mega! Und dann ging es los. Und erst mal war alles in Ordnung. Irgendwie. Es war nicht berauschend. Aber meistens braucht es uns ja eh ein paar Monate, äh, paar Monate, paar Minuten. Was ich so ein bisschen vermisst habe hier und schon jetzt, war die Aggressivität, die von Reis ungekündigt wurde. Und ihr könnt auch es mitbekommen, es war nicht jeder zufrieden mit dem, was da auf dem Platz stattgefunden hat. So ein paar Spielstüge sagen, zumindest anders, weiß ich ganz gut aus. Aber, das Gegentor, das war es dann, ne? 1-0, also 0-1 für Holstein Kiel. Mann, 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 Mann. Und danach wurde das nicht gut. Im Gegenteil. Ron Schallenberg musste die Notbremse ziehen in der 39. Minute. Und damit waren wir nur noch 10 Feldspieler. Und das für 50 Minuten. Das war es dann aber. Damit gingen wir in die Pause. Glücklicherweise ist nicht noch mehr passiert. Und irgendwo hatte ich noch Hoffnung. Aber, wie gesagt, keine schöne erste Halbzeit. Ich will ja Leute befragen in der Pause, was sie vom Spiel finden. Und ich habe jemanden gefunden. Bitteschön. So, Halbzeit und Kenneth hat mir, was er denkt. Letztendlich ein emotionaler Auftritt mal wieder von uns. Wir müssen auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit mal an den Toren machen. Nach vorne ist es auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Aber hinten die Absicherung geht gar nicht. Wir sind viel zu offen. Wir spielen hinten eine 1 gegen 1 mit einer Endverteidigung, die einfach nicht dafür ausgelegt ist. Nach vorne zu wenig Ideen. Und kein Kampfgeist, keine Zweikämpfe, die wir annehmen. Ein ganz verdienter 1-0-Sieg bisher für Holstein-Kirche. Mit viel Glück für uns. Nach der Höhe. Mit viel Glück für uns, richtig. Glück auf. Glück auf. So, dann ging die zweite Halbzeit los. Und es wurde nicht besser. Es wurde nur schlimmer. Schlimmer, weil wirklich überhaupt keine Idee da war. Aber ich mache es kurz. Ich habe auch hier das jetzt nur noch so ein paar Sekunden noch weiterlaufen lassen. Wir haben in der 59 Sekunde das 0 zu 2 kassiert. Holstein Kiel hat uns verdient. Mehr als verdient geschlagen. Wir haben eine Mannschaft, zu der man nicht viel zählen muss. Ich glaube, dass unser Trainer anfängt zu wackeln. Obwohl ich ihn persönlich eigentlich gut finde. Aber so geht es nicht. So, das sind jetzt die letzten Minuten vom Spiel. Und dann ist es gröntenschlecht, weil wir abgeliefert haben. Katastrophe. Also, ich weiß nicht. So was von... Keine Ahnung. Keine Idee. Nichts nach vorne. Unmöglich. Unmöglich. Naja, egal. Jetzt geht's mal rein. Und das sind dann die Tage, an denen du dich fragst, ist es das alles wert? Und ja, es gehört dazu, Schalker zu sein. Leidensfähigkeit. Und die habe ich seit vielen Jahren. Da wird sich auch nichts dran ändern. Ich bedanke mich, dass du das hier angeschaut hast. Wenn du möchtest, falls du mich unterstützen möchtest, abonnierst du das hier. Ähm, wie gesagt, meinen Kanal, damit du auch nichts verpasst, wenn in Zukunft was kommt. Lass einen Kommentar da, wenn du möchtest. Und wie gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir wenig Spaß gemacht. So, schöne Bilder, oder? Damit war's das aber jetzt. Ich bedanke mich. Wünsch was. Tschüss. Dein Schalkesopper.